Jetzt eine leckere Nudelwaffel à la Carbonara. Geriebenen Parmesan auf den Boden des Waffeleisens. Dann gekochte Pasta, einen wunderbaren Tiroler Speck, etwas Majoran, ein Ei auf jede Waffel. Stufe 4 und nach abgelaufener Zeit ist eure Lunchbox Carbonara fertig. Ihr könnt sie heiß direkt aus dem Waffeleisen genießen oder auch kalt ein paar Stunden später.